What? Was ist das für ne Pumpgun? Was ist das für ne Pumpgun bitte? Okay. Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Irgendwie töte ich keine Leute mehr in diesem Spiel. Boah, wie hat sich das gedoppt? Ach Mano, warum sterne die nicht von mir? Den ganzen Tag heute, ich schieße den ins Gesicht. Lass ihn mal kicken, bitte. Hallo? Hallo? Ich kann nicht mehr. Das Game verarscht mich? Oh mein Gott, dieses Spiel. Alter! Er schießt sie ganz auf den Kopf. Er ist connected nicht. Mach'n D... Ey! Ey! Der hat sich nicht umgebracht. Nein! Was? Frost ist hinter dem Sofa. Nicht den Letzten! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Geht weg! 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 Ja! Oh mein Gott! Ich hab erst mal voll die Bahne angeschossen, Alter! Was war das denn? Hast du ihr Gesicht gesehen? Was war das denn? Was war das denn? Sieh da! Sieh da! Hör auf! Hat er einen einen Pumpgun? Einen Shotgun? Ne! So, wir mit unseren... Hilf mir! Einfach rausbrennen! Ich glaub' alle Ecken Jungs! Alle Ecken! Haha! Okay, nice! Das ist so behindert! Okay, wenn wir hören, dass der drin ist, die Impacts rausholen! Seid ihr bereit? Noch mehr? Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht! Er ist noch nicht drin! Er ist noch nicht drin! Noch nicht drin! Wir können auch von oben ab! Jetzt, 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 jetzt! Das ist direkt an der Tür! Werft ihn ab! Ja! Hast du die Kanate, die es gab oder nicht? Das zweite! Boom! Scheiße! Alles klar! Hä? So ein Kills, ne? Warte! Nein, nein, nein! Einer ist rein, Digga! Locks ihn mal zu den Clay's! Ja! Locks ihn mal zu den Clay's! Warte! Schieß einfach hier gegen! Push den mal in die Clay! Push den mal in die Clay! Ja! Mach ich! Mach ich! Er kommt hier! Warte! Er kommt! Er kommt! Komm her! Ich werd dir ja fake in den Dropper! Ruf ihn an! Er sieht dich nicht! Warte, ich bring mich um! Warte, ich bring mich um! Ja! Ja! Doch, doch, doch! Das waren... Oh no! Jetzt wird der Cocky! Ja! 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 Probier mit ihm die Seiten zu wechseln! Ja! 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 Nicht in die Ecke gehen! Nicht in die Ecke gehen! Ja! Ja! Nach hinten, nach hinten, nach hinten! Ja! Ja! Okay! Die eine flachkriebe heute in der Nougat da und... Guck mal... Kurz kurz! Kurz! Quats. Boah, was war das? Was? Alter. What the fuck? Marvin, nimm mal Twitch, nimm mal Twitch. Du hast Twitch. Nimm Twitch schnell. Guck an. Oh shit, nice. Jetzt fehlen nur noch zwei. Oh. Slash? Hast du auch Slash? Oh shit. Oh dumme. Scheiße. Habst du nicht, ne? Schade. Wo, wo ist er? Ey, einer muss da ne Claymore hinlegen. Dann rief ich nicht rum. Yo. Wo denn? Was denn? Darf ich auch Kriegs machen? Oh mein Gott. Sears, weit Sears. In der Mitte. Oh mein Gott. Wo ich gesagt hab. Dennis, rechts, rechts, Dennis. An der Tür ist Frost. Dein. Ehm, Marvin, der ist bei dir irgendwo gewesen. Dein Ernst? Und dann falle ich ihm vor die Tür. Die Füße? I just wanted. Tot. User left your channel. Tot. Tot. Nein! Oh shit. Aber Jackal ist ein Biest. Holy shit. Letztes Mal Objective, glaub ich. Wir sind wie weiter hier aus. Bei dir? Wie ist das? Wie ist das? Wie machst du da, Alter? Das ist voll. Out of map. Den einzigen, den ich hole. Ich bin jetzt in die Richtung gekrocht. Danke Marvin. Schon wieder. Drei Sätze mit ihm. Ich weiß nicht, wo die sind von dir. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ja. Das finde ich echt cool. Ja. Ich hab wieder keine Munition. Oh. Oh. Juge. Sorry, yo. Ich wollte das nicht. Ich hab doch gesagt, ich hacke. Nice one. Alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Set mal durchschlagen. Es ist ganz verbrannt. Ich will Justin laufen draußen, wo die. Ja, ich muss alle töten, bitte. Ich hab keinen einzigen Gegner gesehen bis jetzt. Von wo? Von Neues. Kapitano. Will ich Cam da noch? Oh mein Gott. Interrogation. Warte mal, warte. Warte? Oh, ich hab gewartet da hinten. Oh mein Gott. Ja okay, es lohnt sich. So. Ich hab in der letzten Sekunde noch abgebrochen. Krieg sofort nen Kopfschuss. Einer ist hier auf den Stairs vor uns. Ja. Was ist denn? Warte, nein, nein. Kriechen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. No. Jetzt hat er sie. Oh shit. Ab nach unten. Ja, Glass. Er hat mich gefunden zwischen den Dingsen. War ja ausgelassen. Er lebt noch. Notausgang, Alter. Was war das? Ich hab ja ausgetrickst, Junge. Tricks 17. Oh mein Gott. Kommt der. Fuck. Nein. Hinter mir, hinter mir. Mach mir. Er ist voll stolz, wenn der Kills nen Rainbow macht. Ja, warte, 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 warte. Danke schön. Ja, jetzt ist behindert aus euch. Interrogation, seid mal leise, seid mal leise. Warum sagst du das nicht, Junge? Jetzt geht's mir besser. Jetzt, jetzt rasier ich ihn. Und jetzt, was heißt das? Hinter dem auf ihn, hinter dem auf ihn. Fuck, hätte ich den... Ja, der eine ist down, der andere ist... Weg hier rein. Nein, die wird ihn reviven. Nein, schafft er nicht. Er ist unconscious. Er ist aufgehoben. Der ist C4, der ist C4. Wirf einfach. Ja, sauber. Nice, dass du das gesagt hast, Leute. Ich hab das voll vergessen. Rudeln. Aua. Ja, es hat mich zu spät gezogen. Der letzte. Ey, Jungs, jetzt wollen wir aber... 4-4 doch nicht. 4-4, Alter. Und wir machen sowas. Noll. Wie kann der das überleben? Der kommt von links. Nur von da. Wie kommt der das überleben? Der wollte noch verlieren. Der kommt voll ins Gesicht gewallert. Der hat alles überlebt. Ah ja, und die sind da unten. Als ob die nichts zugemacht haben. 2 down. Ich hab 2 gedownt unten. Twitch, fahr mal runter. Mach, schmeiß deine Drohne runter. Twitch, fahr da runter. 2 sind da down, Leute. Da, 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 da. Noch einer down. Okay, der hab ich gefinisht. Okay, der war neu. Danke für die Kills. Ja, gern geschehen. Wie hast du die gedownt, Alain? Ich hab voll draufgebrannt. Da hattest du sie, da hattest du Mitleid unter mir. Das war der Wichser. Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Er liegt an der Ecke. Ja! Was? Ich hab nicht glaubt, den hab ich abgebotdert. Ja, mein Mikro ist kaputt. Dein Mikro ist kaputt. Mein Mikro ist kaputt. Heiß. Tschüss du, was war los. Junge. Er hat 14-1 gespielt. Lass dich in Ruhe. Alter, das war zu heftig, Mann. Aber die Zeiten sind nicht geboren. Der Schrei war viel zu heftig, Mann. Was hat er denn gemacht? Er ist gar nicht so realisiert. Sein Schrei einfach. Den hättest du erleben müssen, Alter. Lass mich am Handy sein. Immer diese Kiberas. Boah! Holy Shit! Ah, jetzt weißt du, wieso hier der Endspiel. Boah! Junge, wie du mich geflickt hast. Okay, das muss ich dir lassen. Das war geil. Warum killst du keine Gegner so? Ich weiß es nicht.